Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein durchschlagender Beweis anzunehmen bei Finn Schönwind in Voralus, an dieser Position. Am Ende des Videos werde ich auch aus diesem Gebäude hinauslaufen, damit ihr seht, wo das ist, falls benötigt. Nehmt die Quest an. Quest zählt schon, soweit ich weiß, zu dem Erfolg ein sundhaft guter Plan, also das ist der Questerfolg von diesem Gebiet, der Düva Gardesund, die Handelskompanie Aschenwind. Also Quest angenommen und dann habe ich diesen Extra Knopf, falls ihr den nicht habt. Deaktiviert mal eure Interface Addons beziehungsweise Addons allgemein. Vielleicht ist er dann da, beziehungsweise vorhanden. Klicke den einfach und dann ist schon auch die Quest abzugeben bei Finn Schönwind in Voralus. Nun wie erwähnt laufe ich hinaus, um das nochmal zu zeigen. Solltet ihr mittlerweile kennen, aber sicher ist sicher. Ich gebe nochmal Map. Hier stehe ich. Wobei das eigentlich hier sein sollte. Na, ich glaube das passt. Auf jeden Fall ist es erkennbar. Hoffen sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020